Die Liebe langer Schatten. Da er die panische Priest vor einer wütenden Menschenmenge gerettet hat, was eigentlich leicht war, geriet Alexios nichtsahnend in die tragische Geschichte zweier unglücklich Liebender. Gehen wir. Also weiter geht's, natürlich, wir wollen ja jetzt nicht abbrechen, weiter, äh, oh, der Wald, der Wald sieht auch gut aus, das habe ich bisher noch gar nicht gesehen, oder falls man das noch Wald nennen kann, ist hier schon so ein bisschen gruselig, diese Bäume, oh, da kommt irgendwas raus. Was Mystisches. Irgendwas ist hier faul. Und ich bin mit Sicherheit der Erste, der das jetzt mitkriegt. Ähm. Ach, Schlangenhaarige, jetzt raff ich's, jetzt raff ich's, was die meint. Die Medusa, na, selbstverständlich, Schlangenhaarig. Sie schreit von so seltsam lebendig aus. Alles versteinert. Sie vernichtet alle Lebewesen, verwandelt sie in Steine und lässt sie in Angstverstarrt in alle Ewigkeit haben. Ja, also, ich raff das echt spät. Wenn sie, wenn sie zu Steiner statt, wie begraben wir sie? Sie wird Charon nie treffen. Ligea! Ligea! Ries, warte! Malaka! Du bist noch besser hinterher. Ja, besser ist er, also. Tatsächlich, hier überall, äh, von der Steine ist. Ich hab das jetzt die ganze Zeit nicht kapiert. Schlangenhaarig, Schlangenhaarig. Ja, natürlich, Medusa, die existiert, also, so wie's aussieht. Und wir werden's gleich sehen, was das für ne kranke Gestalt ist. Also, ich hab schon ein Bild in meinem Kopf. Wir müssen hinein, auf jeden Fall. Nein, nein, doch, ich sehe keinen Weg. Und die Mauern sind zu glatt zum Klettern. Sie sollte nicht da drin sein, sondern in meinen Armen. Ihr Atem, ihr Geruch. Jede Nacht trafen wir uns bei den Ruinen des Schreckens. Ich kam ein einziges Mal zu spät. Ich suchte nach einer Rose für sie. Sie sollte perfekt sein, wie sie. Es ist meine Schuld. Wäre ich rechtzeitig hier gewesen? Es ist deine Schuld. Nein, es ist nicht deine Schuld. Dann wärst du ebenso gefangen worden. Vereint. Du warst auf der Suche nach einer Rose. Einem Geschenk. Bereue nie eine Tat der Güte, Ries. Hab Dank. Du kannst auch Alexius haben, falls das jetzt nichts wird, ne? Was weißt du über diesen Wort? Ligea ist eine Tochter der Artemis. Ihr Volk lebte hier vor langer Zeit. Einer Legende nach fanden sie ein altes Artefakt in einer Schlangengrube. Ligea glaubte, sie hätten es noch immer. Verborgen in ihrem Dorf auf Hios. Ich finde es. Es gibt ja noch einen Söldner, der behauptet, die Kreatur erlegt zu haben. Unmöglich. Aber viele glauben ihm. Vielleicht weiß er etwas. Wo genau ist der Schlüssel? Du sagtest, Legia kannte den Weg in die Gruft. Wo ist der Schlüssel? Die Töchter der Artemis hüten ihren wichtigsten Besitz in einer Höhle in ihrem Dorf. Dort wird er von wilden Bestien und mutigen Kriegerinnen bewacht. Der Schlüssel hat die Form einer Scheibe. Wenn sie ihn haben, ist er dort. Wo kann ich den Söldner finden? Der Söldner, dieser Bezwänger der Schlanghaarigen. Wo finde ich ihn? Er ist auf dem Berg im Tempel des Poseidon, der griechischen Perle. Helden von überall her wollen ihn herausfordern, um Ruhm zu erlangen. Doch er kann die Kreatur nicht getötet haben. Sie hat Ligea entführt. Hast du die Kreatur selbst gesehen? Nein, aber nur sie wäre stark genug, Ligea zu entführen. Sie ist zu mutig. Und zu stur. Ich komme zurück. Ich finde einen Weg hinein. I'll be back. Und ich finde die Rose für Ligea, die ich ihr in jener Nacht geben wollte. Erinnern wird sich, sage ich, wohl noch manche an uns. Die Dächterin Schaffo. Wir lieben sie. Bitte, Alexios. Eile! Jetzt wieder mal ein Hut aufgesetzt. Das war die Quest. Die Liebe. Langer Schatten. Das war die Liga.